moin freunde was geht ab iso buschi du hund sagt die gegnerisch missforschung wir zocken hier gerade random und ich wurde oder wir wurden mal wieder entdeckt weniger entdeckt würde ich sagen du hund sende uns mensch 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 weil wir drehen den ingame sound mal ein bisschen lauter so müsste das gut sein guten tag die werden sogar zu fünft an die kennen dich alle ich nehme das ganze einfach mal auf so dann wollen wir schauen was wir jetzt hier so an ergebnissen rausbekommen gegen was zock ich den kathos in der mitte haben wir noch ein ringer wieso haben sie so viel exhaust kathos exhaust ist genehmigt ringer exhaust nicht genehmigt ach so ringer ist auch noch support okay dann ist doch genehmigt randl hat ich habe blitz auf deinem neuesten live stream sehr schön der ringer ist meine oma sehr schön first time skin sehr schön gut dann kann es ja wieder miserabel verlaufen hier wie zockt wieder diese im jungle nur dein neuer lieblings champ ja bist ja noch ganz gut wieder seine thema alte thema wie sonst was wird sich auch nie ändern ende season 4 ist auf jeden fall gold 3 drin bei mir ja doch da werde ich schon so ein richtig sicherer gold spieler dann sein sollt auf jeden fall doch drin sein bei mir last hitten habe ich dann natürlich nö last hitten mache ich season 5 ja komm eins nach dem anderen ne das muss auch nicht übertreiben ich meine ich bin jetzt auch erstmal ein bisschen hier mit poken beschäftigt da kann ich dann auch nicht hier gleich der beste last hitter werden das ist irgendwo auch ein bisschen prioritäten setzen sehr schön fürs blatt komm machen wir es mal hier so dafür holen wir uns aber natürlich die kanone nicht läuft schon alles soweit boah der ringer hat den druck schaden gerade gemacht im gebäsch auf mich ringer support hat ne geht am anfang noch ziemlich ab hat auch gerade seine aufladung komme im counter jungle ich weiß nur dass ich hier nice schön gemacht ich bin da ja der geht auch locker drauf ich muss ein bisschen auf kathos aufpassen ok locker drauf gehen wir vielleicht ein bisschen hat seit level 4 900 leben ja warte warte ist halt trundle ne so gleich nochmal ein e auf jeden fall pass auf kathos auf der müsste gleich wieder da sein ja junge ihr müsst gleich wieder back sein aber das mag ich wenn weißt du dann haben sie beide mich selber gefightet dann hab ich einfach mal zurückgeschlagen hab den kaps noch mit kastriert was mag ich ganz gern vom ding her weißt du mhm ist dass man sich da nicht einködelt sondern eher offensiv wird die nehmen wir erstmal im backport mach ich auch gleich push hast du jetzt hier noch mit wenig rein ja das müsste genügen damit kann der kart hier erstmal ein bisschen farm da cute das alles da ein bisschen und vor allem auch in seinem e guck mal was er sich mittlerweile gekauft hat da alles klar in dorans ring hier die trainer hat es wohl nicht ganz gereicht von money hier und wir kaufen uns was kaufen wir uns wir kaufen uns am besten gleich mal sowas hier ich glaub letzt ich hab ähm meiser der letzten ist schon eine aufnahme gezockt war nicht ganz zufrieden damit da hab ich mir zwei dorans ringe gekauft ich glaub diesmal belassen wir es mal bei einem was hättest du davon schöne idee ja dachte ich mir auch einfach mal ganz fresh fresh und frech ne ja sowieso 2 1 wo ist andere kill gefallen elise auf der top lane alles klar immer diese ganzen es wird ich hatte bis jetzt heute ne jede runde ne elise dabei oder hatten wir eine runde keine elise tötet sie doch endlich mal da oben dreifach tötung das ist natürlich gg feed was hat der gemacht naja ich hab bis in den tower getankt und dann rival stand dann um mich auch noch im tower seitdem ich draußen war nicht so cool so 17 sekunden ignite ich glaub dann ignite wir ihn nochmal wenn ich alle meine spades treffe dann wird er nicht töd naja das ist nicht tödlich war es auch ein bisschen deine schulter oder ja geht also ein bisschen verstehe verstehe na so viel damage mach ich jetzt auch grad nicht dachte das wär mehr na ja noch nicht ne ja 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 jetzt Counter-Jungle-Bull-Buff unseren? Nö, glaub ich nicht. Weil du machst da ja so ne Schweinerei da gerade. Echt? Jo. Ist das weitestgehend auch genehmigt, oder? Mensch, 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 was wir hier für ne Fahne gerade draus machen. Endlich kommt da mal der Gank. Geh, Spider-Gestalt? Ich hab grad keinen Spider, 5 Sekunden. Du bist doch Spider. Nein, aber 3 Sekunden, das ist nett. Da ist 20 Sekunden CD da. Boah, das ist jetzt recht viel. Geh weg, geh weg. Wieso stealst du? Bist doch ein Fonidiot, ey. Wieso stealst du den Scheiß? Back. LOL. Gnade. Was ist das denn, ey? Okay, das war ein bisschen, ne? Heute bist du da eine Troll-Round. Merke dich schon da, Botlin, erstmal dreifach Cripples. Aua, nicht schlagen. Ja, da stealt er mich einfach weg da. Ich wusste nicht, ob wir ihn totkriegst, Mann. Natürlich, wenn ich alles Ignite, Dot, Subbe und mein Lucke-Strahl grad mal ne halbe Sekunde fresh aktiv wär. Ja, da kannst du da ruhig davon ausgehen, dass er wahrscheinlich sterben geht. Danke, du kannst doch selber holen jetzt. Nee. Aber ist, glaub ich, gar nicht so schlecht, wenn du dir mal noch einen Kill genommen hast. Das könntest du gebrauchen. Bist ja ein bisschen behind. Richtig, danke. Okay. No problemo. Muss ein Blubarb, hol den, gib den mir doch mal bitte. Geister, was sind schon Geister? Geister lohnen sich gar nicht. Wie bitte? Geister lohnen sich gar nicht. 50 Gold. Muss mir erfahren müssen, aber vorhin. Achso, schon Kill. Na da. Ich konnte, dann hab ich mir schon fast gedacht. Aber ich müsste doch den Blubarb haben, ja. Ich hab ja den Blubarb von Trondel grad eben bekommen. Den hat er mir sozusagen dann an den Laden gebracht. Weil du dich da ein bisschen da bockbeinig angestellt hast. Nicht lang zagen. Trinale Fragen. Ich komme. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Kartus kommt irgendwo noch. Ja. Ah, kriegt er die ganzen Kills. Ah, 3-0-3. Das ist auch ne geile Runde wieder. Gut Job. Gemacht. Schöner Follow-Up. Danke. NP. Aber mittlerweile ist es einfach mal ein Gold 3, ne. Also, wo ich jetzt langsam Season 4 Ende sein werde. Das hab ich auch schon so ein bisschen im Jahr durchgelesen da. Hab letztens an der Tanke mir noch ne Zeitschrift gekauft. Season 4. Ja. How to get gold free. Und, yes. Some Follow-Ups. ETC, ne. Kann sein nicht. Ich muss halt jetzt warten, bis die nächste Ausgabe rauskommt für Gold 2. Aber, naja, das wird glaube ich nicht so, da wollen wir uns jetzt nicht so drauf fokustieren. Am Ende wird es wieder nichts. Ähm, 2,3. Ah, ich würde ja sagen 3k Gold. Was kaufen wir uns denn davon? Jetzt bricht er mein Backport ab. Soll ich mir mal das Stab des Zeitalters kaufen, so wie das alle immer sagen? Lieber mach doch. Soll ich mir einfach mal machen? Ja. Oder soll ich mir lieber mal die Maske kaufen? Oh, mir bin ich ja Freund der Maske. Dann kauf dir die Maske. Okay. Weiß nicht, gefällt mir mir viel deutlich besser. Wie lange hab ich grad bitte in der Base gechillt? 20 Sekunden, 40 Sekunden, halbe Minute? 20 Sekunden. 40 Sekunden, halbe Minute, du hast gesehen, da bin ich zeitlich auch wieder ein bisschen zurückgegangen. Geht's nicht. Also hier ist ein Wort. Da? Ja. Hashtag Wort. Ähm, Kartus. Oh, hat so mies jetzt nicht aufgehört zu fahren. Das ist ein ganz mieser Farmer geworden. Ich hab grad Blue gemacht. Ja ne, wollen wir da hingehen? Wegen Trunnel. Bist du Ulti? Jupp. Der MF hat ihm geholfen. Okay, interessant. Meinst du, war hier ein Wort oder wie ist das? Hier oben ist Kartus. Jo, den Natzen, ja. Hm. War das Ding, sind die Ulti übertrieben? Nö, ne, falls er flasht. Ja, stimmt ehrlich. Ich mein, übertrieben ist nur ne Ulti. Hier hab ich in 86 Sekunden wieder. Aber man muss dann vielleicht noch ein bisschen was wagen. Lass den Rangor holen. Total rewarded. Blitz vielleicht grabben. So, hab ich mir das mit einfach vorgestellt. Was ist der Typ? Stealth? Flash? Keine Ahnung, blohm ist einer. Ah, Ulti hol. Also zwei. Hm. Achtung. Trani. Ich will eigentlich gerne weg hier. Ich hoffe. Was auch die Bottleneck kommt. Hm. Verlebst ne? Sehr lange. Jo, drei, vier Leute waren jetzt doch vielleicht ein, zwei, vier, fünf Leute zu viel. Mit meinen kleinen Gammelboots komme ich da auch nicht allzu weit. Und jo, ich hab da würde ich sagen mal ins Gros ausgebiesen, gell? Gell. Trotzdem läuft alles soweit noch. Also beschweren können wir uns auf jeden Fall nicht. Ich glaube es wird Zeit für Elixier der Genialität. Dein Lieblingstrank. Okay. Größte Geldverschwendung ever. Aber ich brauche den Trank. Der schmeckt so lecker. Wollen wir kurz Blumen machen? Jo. 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 Gehund. Neun Elf. Was ist los über den Gegnerschenteam? Wer geht denn das ab? Ach die Miss Fortune. Dann werden wir die gleich mal ulten, die kleine Maus. Wow wow. Meine kleinen Spylers. Was wäre wohl nicht möglich da was. Na? Wo ist denn der Cati hin? Aua. Let's crack. Geh weg. Was ist denn da nicht ganz? Pack mal auf den Dings auf. Die Trombe. Wenn ich Ulti-Ready habe kann mir eigentlich nicht viel passieren. Es ist ganz entspannt. Ich habe eigentlich viel zu wenig Wards dabei. Okay. Da fehlen noch ganz klar 10.000 weiter. Oha. Der Minion Block. So stark. Oh f***. Ja und das gibt hier wieder ein paar Kills für mich. Warte für uns beide. Ich fand der hängt auch noch drin. Kannst du mir vielleicht hier ganz was helfen? Nein ich kann es nicht. Okay schade. Ja. Hast du den anderen auch bekommen? Nein. Komm schon. Lauf einfach nur auf Max Range. Ja genau. Sehr gut. Lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Er kick mich nicht. Sagst du. Gleich haut da einmal so ein Weh dahin und dann... ...tot bist du. Hm, was kommt mir jetzt als nächstes denn? Nein. Ich würde sagen sowas in der Tat. Guck mal da ist er tot. Kleine Rebellen, ich wette du stirbst auch noch mit. Passt. War auch dich ein bisschen Zeit gekostet, ne? Werde? Hat dich auch ganz gut Zeit gekostet. Ähm, ich glaub irgendwas kommt auf die Taublin. Hab ich grad schon ein bisschen im Urin gehabt. Okay. Hat einmal in der Hand gerochen und die sagte mir das. Bin auch schon back. Geh mal botlenk. Der... Die Elise scheint gar nicht so schlecht zu sein, oder? Elise, Elise, Elise. Ja, die ist ganz gut. Ja, geht eigentlich. 2-2-5. Oh, fuck, 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 fuck. Nice. Kommst du noch an? Ich werde gleich flashen. Äh, warte. Riven, riven. Was, was, was? Wir sind auch gleich da. Go. Wie sind wir alles stehlen, ey? MF, Auto, Flash. Und ich auch grad hier. Hier oben, komm. Ja, sehr gut. Ja, wir sind alles einfach weg stehlen. Okay, da drin ist sie nicht mehr. Doch, das kannst du nicht sehen. Ja, da wird's angezeigt. Nee, ich glaub, Champ Gegner nicht. Soweit ich weiß, Gegner nicht. Wollen wir versuchen einen MF in der Mitte zu holen? Ja. Oh, die 68 Sekunden. Brauch mal wieder Blighten Blue Buff. Sie hat keinen Flash. Ja, sehr gut. Okay, damit hat's schon mal hier eine Tag Speed Boost runter. Tag him. Oder hör. Dead Kid, ey. Ja. Gut, das war doch ganz gut soweit. Wir könnten ja auch Dragon machen. Ja, lass auch hier den Kados töten. Achtung, Rangar kommen. Oh, der Deck exhaust. Das weg, alle weg. Da kommt noch die diese. Und da. Genau, für back. Ich würd da super ungern feiden. Leute, einfach mal weg. Sonst, wir wasten immer mehr Flash. Ich meinst, Rearest war auch ohne diese. Aber laufen könnte der Typ. Da habe ich mir schon wieder ein bisschen Mana wieder klar gemacht. Oh, was war das denn für eine Elise Spider? Jetzt ist mich happy. Ja, merke ich auch gerade. Ja, sonst hat sie auch endlich mal meinen Dot da rauf, ey. Ja komm, stirb an meinem Dot. Bin kurz um meine Base. Okay. Ich merke das und wir brauchen noch 10.000 weitere Rewards. So, auf dem Weg wieder in die Mitte, Freunde. Oh, fuck. Ah, shit. Ah, man. Da war ganz nice gemacht. Nooo! Kartus already battled mich. Too strong. Too strong, sehe ich genauso. Shit. Boah, Miss Fortune hat uns richtig gefarmt, ne? Die hat richtig rausgerotzt, die hat damit alle über-slow gebasht. 7, 3, 6 für mich und 15 zu 18 steht's. Oh, yeah. Riven strebt einen sehr defensiven Bild an. Einen nicht üblichen Riven Bild, finde ich, soweit ich das sehe, oder? Sie hat... Ja, ich glaube, sie will ja doch. Ne, sie rusht jetzt wohl doch. Erstmal ihr Hydra, wenn ich mir das angucke. Wenn ich mir das genauer angucke, dann wird's Hydra auf jeden Fall. Kartos 3, der 6, 6, 137. Fahrendtechnisch gleich auf, kills bin ich ein bisschen besser. Miss Fortune, hat die so viel Blut, dass der... Okay, schon besser, ne? Schon besser als unser Varus. Unser Varus hat im Vergleich... No, der hat noch nicht so viel. Boah, jetzt bräuchte... Oh, der baut der SS4. Du musst einfach gleich die MF um hier umkriegen. Ah, kein Problem, ich holte die einfach. Plus Dot Ignite. Nichts gar n Ding für mich. Was macht der Rengar Support? Boah, er hat da nichts... Okay, er hat... Aber er ist gar nicht so bad. Er hat mir auf jeden Fall schon mal das Wort an dem gekauft. Und jetzt hat er sich einen Longspot geleistet. Das ist auch schon mal was. Okay, unser ID-Kit-Carry ist down. Oh, das ist so eine AP-Elise, ey. Das ist richtig krass. Achtung, passt auf, da kommen gleich welche runter. Hier in unserem Jungle sind die schon. Ach, sind sie schon in unserem Jungle? Ja, jo. Okay. Dann bin ich mal schnell weg. Ich glaube, ich geh auch nochmal ganz kurz zurück und einfach nur um den... Oh, fuck. Ja, ja, ja. Ist klar, ey. Nur so wegen dem hässlichen Backport da an der Stelle. Holt's ihn hier erstmal. Aber auch nur, weil ich Angst habe. Ja, da, da, danke. Der ist hier... Schrecklich ist der. Ob Riffen hier so direkt... Eng dran fighten sollte. Klaro. So, tut mir aber leid, aber wir werden es wahrscheinlich im Endeffekt gewinnen. Wir brauchen Wards im Jungle. Thomas MF. Okay, sehr schön, gut. Schon mal gut hier draußen. Ihr fightet aber auch grad hier hin. Es wird knapp. Ich weiß nicht, was die Riffen da gemacht hat, wenn wir da oben fightet haben. Wir sind aber auch ein bisschen früh reingegangen. Wir müssten reingehen. Wir müssen reingehen. Bye, bye. Das war grad alles auf einmal. Das war grad alles auf einmal. Aber was hättet ihr euch denken können, dass es nix wird? Weil ihr nur 2 gegen 2 wart und was waren die beiden besten? Unser Riffen... Unser Riffen ist ein Champion, der ist so schnell da, der wäre nicht sofort da gewesen. Der hätte sie nicht mit dem Jungle rumgegammelt. Sehr gut, der glaubt, du hast ihn getroffen. Ja, hab ich auch. Da muss irgendwelche Minis ange... Ah, da unten ist er. Hat er sich da reingesetzt? Nein, er läuft. Hey, Boots hat er. Da ist er. Wer hat da grad geflasht? Jetzt. Der hat KS-er. Ich hab jetzt einfach meine Aufgabe gesehen jetzt und... Ich hab gemerkt, ich muss Carry. Was denn? Na ja... Du raffst eh mich mal lieber. Herr Pampelmuse. Ist auch ein geiler Name mit der Misswatch. Herr Pampelmuse. Pass auf mit der Elise, die rotzt richtig. Die wird hart. Jetzt hat sie sich ein Holz-Zepter noch gebaut. Sonst krieg ich da nicht mehr so viel damage rein. Dann braucht man an den richtigen Stellen Wards hier. Hier braucht man ein Ward. Oh. Guckt sich an. Bikati. Zurück. Wir sind gesplittert. Das sieht scheiß aus. Oh Gott. Ne? Das sieht richtig scheiß aus. Dein Ernst? Ich dachte wir picken den... Wir sneaken den instant schnell raus. Aber... Nicht wenn er so kauft. Nicht da fighten. Nicht fighten. Gib mir höchstens ein Stun. Ich lauf doch. Ich fight dann überhaupt. Ich lauf doch nur weg. Hau meinst dann nach innen für Ranga. Schade fast. Musst auch sein. Komm mit dich da zum Tower. Genau damit er das alles verladen bekommt. LOL. Auto-Attack. Ich könnte einen Backcourt-Spill vertragen. Ja ich auch. Aber sowas von. Ich glaube ich kaufe ein bisschen mehr Leben. Ich brauche Rileys. Und ich kaufe einfach super schnell den hier. Damit ich da wieder... Zack. Ab nach vorne. Ab die Post. Was ist das so schnell? Kann du in die? In der Haupt 30 Sekunden. Geh mal vor. Ach du Scheiß. Was ist das was von rechts da? Ignorieren. 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 Ja ok. Mach drauf. Da ist Stealth gegangen ne? Ja. Das hört sich stark nach Durchfall an. Ja ja. Ist das dein Ernst? Alter ist das Miss Fortune's Ernst? Nein. Doch was. Ja genau. Pusht man die Top-Lane. Da haben wir noch gar keine Towers. Das ist hier alles stressig hier Freunde. Ist das alles hier wieder stressig? Oh oh. Kartos kommt. Nein. Lauf einfach. Wir pushen Top-Lane. Oh da ganz gute Wave eigentlich. Die ganzen kleinen Mage das. Geht zurück. Merk schon sie wollen dich. Sie wollen mich richtig ey. Ja der Grab war nicht so geil. Nein. Nein. Da haben wir ein Problem mit hat man die Liese und so. Fällt. Einfach bitte nur weg. Die Liese ist ziemlich low ne? Wir können die fast Bursten oben. Ja. Bisschen Angst dass sie mich burstet. Okay nice. Blue noch für mich. Tank der mal bitte da an der Stelle. Ich geh aber trotzdem erstmal weg. Ich hab die Boots. I got the Boots. Get letten. Erstmal alle weg. Okay. Interessant. Ich hab die Boots. Ich hab die Boots. Ich hab die Boots. Das wäre übrigens mit einer auf einen andere Item. Oh yeah. Drag. Ich hab die Boots. Sehr gut. Sauber. Ja, ja. Ach, dirgendwann ist Fortune followed up da oben, aber das ist ja alles gar nicht so wild. Ich kenn mich hier mal rein. Alter, irgendwie fräh ich derbe. Zittert sogar schon. Du auch? Nein, ja. Keine Ahnung, ist irgendwie einfach derbe kalt draußen. So fühlt's nicht mehr an, wenn eine Verantwortung mein Game hat. Wir sollten nicht verhalten, wenn Riven da gerade bekehrt geht. Hey, wir haben gerade schon den gekillt. Ja, wir holen uns nur den Tower. Euer Team hat einen Punkt zerstört. Ach Leute, was ist das denn? Oh Mann ey, was macht der da schon wieder? Der Blitzkrieg hat aber engaged, der kleine Mann. Hilfe! Moin! Ah, ist auch Barrier ist. Ah, ich weiß nicht warum du noch da oben gecatcht werden musst. Noch ein paar natzen will. Ah, Elise war super kack low. Waren alle richtig angehittet von mir. Aber wir werden auf jeden Fall backgemusst. Da ist wieder ein bisschen Gold 4 gerade bei mir. Bitte? Das gab mir ein bisschen Gold 4 bei mir. Nicht mehr Gold 3. Ich muss nochmal gleich in meinem Heft nachlesen, was da noch so dran steht. Zu diesem Thema. Ja, ich mag das halt nicht. Welcher Champion kann einfach im Laufen, Carsten? Fast jeder Champion muss eigentlich kurz stehen bleiben. Widerstehen muss stehen bleiben. Hä, wieso kann die... Wie ehrlich? Der nächste Mage-Spieler rauskommt nur im Laufen, Carsten. So ein riesen... So ein Dodge-Opfer. Einer versucht, dass Elise mal umbörsen. Die kleine... Ja, die ist wirklich ein bisschen ranzig auch. Bisschen frech von ihr. Komm schnell mit zum Barrel. Ach, ist auch gut. Hau rein! Mad Mushroom. Hau ehrlich, ey, ey, ey. Oh, manche... Unsere Team-Mates trollen aber ehrlich. Ein bisschen. Muss ich sagen, was ist denn da los? Er used keine Rute, er used da nichts. Also... Geh da bitte weg. Ich muss jetzt nicht noch... Einer sterben würde. Ich weiß, sie müssen supporten. Ich komm weg. Ja, gleich drückst wieder dein E und dann... Ich überleg gerade, ob wir Team-Schwande hier einfach mal oben... Nein! Den kriegen wir locker nicht tot. Guck mal sein Bild an. Boah, ist das ein kleiner Fiesling? Ist das ein Fiesling? Halt, halt sie ab, dass die Wave nicht in den Tower kommt. Alles klar, mach ich. Boah, ich muss weg, die Elise tut so krass, ey. Na komm, wie ich weh tue, ey. Ich komm, was ich für ein Pain-Maker bin. Ich muss kurz weg. Oh, danke, mein kleiner Freund, ey. Kein Problem. Boah, wie sieht er einfach alles? Ich guck, es hat ihm gemacht. Ich meine, ich meine meinen kleinen Freund, den ich ihm beschwöre, der hat gerade uns dann getankt. Wieso sagst du kein Problem? Geht den Namen deines Freundes. Geht den Namen deines Freundes? What are you talking about? Ja komm schon, der ist... Der hat retard run. Hätte ich als Elise sein können. Ich hab nur noch begrenzt Mana, also einen, den ich kann eigentlich nicht aus dem Spiel. Alles. Ja, mit Push würde ich sagen, sehe ich ähnlich. Ja, das finde ich auch sehr gut. Ja, das ist auch die Mitte, Vini hat schon ein bisschen... Problem mit der Orientierung ist auch okay, soweit ich das hier sehe. Also, ihr gammelt doch selber vorm Tower, mach ich doch lieber auf Hilfe. Vorm Tower gammelt, alles klar. Was geht an euch? Ja, ey, dieser Tod ist ganz angenehm. Ja, dachte ich mir auch gerade irgendwie. Ja, das war... Ja, das war... Ja, das war wieder... Na ja, ich hab voll... Haha, duck dodge. Hast du einfach mal gedodged? Jo, finde ich gut. What the fuck? Wer hat denn da so viel damage auf mir gemacht? Rengar? Oder Trundl, Trundl rotz doch nicht groß. Ignite? Aaaaah, Tomari! Oh, er hat Wetten dich nicht mal gefollowed? Oh, scheiße. Klatsch ihm alles ins Gesicht. Warum hast du ein Damage? Ich müsste im Slow gehen sein. Höh? Mit was hätte ich gerade gekillt? Mit der Ulti. Mit der Ulti muss, ne? Ruffe, ey. Hat die nicht auch ein bisschen Range? Ruffe. Riven, halt mal bitte die Mitte. Die Toplane. Nee, ich wollte die Toplane fahren. Geh du bitte weg. Nicht sterben, du hast bis zu lange tot. Nicht sterben. Nein, tu ich ja nicht. Nein, ich hab immer trotzdem Angst um dich. Ja, ich weiß. Ist ja süß von dir, aber... Ich hab Angst, dass der auf Gold 5 zurückfällt. Ist okay. Ich hab mich... Ich komm mit solchen Situationen nicht ganz gut klar. Wo ist meine Fuckboot? Danke. Ja, Holt. Ja, Holt. Can't hol das. Du musst einfach gleich die DMF auscatchen mit... Alles klar. Alles klar. Ah, die Satz schon. Das ist einfach definitiv hoch 10. Ah Gott, du brauchst unbedingt noch einen Dings jetzt, ne? Einen leeren Stab. Wieso geh da nicht back irgendwie? Was ist das eher ein fürn kleiner? Mach Ulti. Möcht' ich nur so ungern. Endauerns, Elise. Mach auf die Ulti. Go, Elise. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Mach E. Achtung, MF, MF. Unser Base. Ehrlich? Aber die finisht jetzt nicht oder so, oder? Also, jetzt müsst ihr schnell zurück. Ja, trotzdem musstet ihr schnell weg. Hm. Schau. Spaß. Riven, komm. Das ist eigentlich genau dein... Das ist genau dein Champion, ey. Trotzdem macht Riven kein Champion... Äh, kein Damage. Noch zu Deven sich mit nem Riesengurt. Hallo Mami. Wir sind wieder in der Aufnahme, damit du Bescheid weißt. Und ja. Ja. Echt. So, wir müssen uns jetzt ein bisschen konzentrieren, Vini. Wie sieht's aus mit Baron? Gute Frage. Die hatten den gerade. Ich bin dafür, dass wir uns nochmal ein paar Buffs holen. Du holst dir mal unseren Blue-Buff, ich hol mal kurz unseren Red-Buff. Ja. Kommt mal alle bitte ein bisschen zurück, Freunde. Nee. Zurück, genau. Bitte einfach zurück. Okay. Okay. Ich land einfach. Ich mach auch mal kurz die Tür zu, da jetzt wieder ein bisschen mehr in dem Hause los ist, damit das hier nicht alles so laut ist. Oh, ist das eigentlich böse. Kannst du die Tür bitte zu machen, Mami? Dankeschön. Was? 2 Juden. 2 Juden. Tot, Mom. Please report. Ja. Heute war nicht für Flaming. Für trolling, ja. Ja, für trolling. Nicht fighten. Wir sind da zu... GG Freunde, kommt mal alle weg da. Wir müssen aufhören und das mal zu face checken Die anderen kommen ungefähr vielleicht von da Ja Töte ihn Nice Zu kurz leider? Das ist nicht so nice Elisa Die geht richtig ab Wie sieht's aus so? Dich hat's auch zerreißen ok 2 gegen 3 ist ok Ja, solange Elisa nicht weiter vorne kommt Ja, solange sie nicht um was pushen können, ist ja ok Wir kriegen ja nichts 44 Sekunden bin ich mittlerweile down Was ist denn da los? Was willst du jetzt noch? Hm, gute Frage Ganz ehrlich, ich glaube, er muss um das AP Um was defensives Oh, kriegen sie den Trunnel? Ja, danke Höllenzepter Höllenzepter Oder soll ich wirklich Schleier der Todesviel mal bauen? Ich mach Höllenzepter Oder Schleier der Todesviel? Ne, Höllenzepter oder? Höllenzepter Aber ich glaube, ich fang erst mit dem Auf jeden Fall mit dem Defendiven Wert an Ja, ist auf jeden Fall ganz gut Wegen ganzen Meleys Ich mein, Kartus muss alle so dicht ran Weißt du, dann klappt das eigentlich ganz gut Jo Bist du wieder da? Jo Ja, wollen wir einen Barrel versuchen Die haben keinen Smite Ich habe keinen Smite Oh ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee Haben wir denn sowas wie ein Orakel? Ja, geil Haben wir irgendeinen Pink Ward Wenn du keinen Smite genommen hast, dann nein Doch, der Dings hat zwei Kann man nicht ran? Doch, du kannst versuchen Wollen wir versuchen Pink Jo Ja, klar Können anfangen oder abbrechen Wollt ihr nicht verarschen? Wer soll ihn tanken? Ja, weg, lass weg Okay, das war gut Okay, das war gut Dann alle Back und dann Fast Barrel Ja, dann sag ich ihm das mal Okay, das so, weil ich den Stun getroffen habe Dann lässt er auf jeden Fall oben auf die gehen Sehr schön, The Mad Mushroom Ja, komm, komm, komm Ja, komm, komm Back und Barrel Fuck, fuck, fuck Na, ob die einen Inuit bekommen? Nein Lass Barrel jetzt mal machen Machen wir so Lass Barrel jetzt mal machen Machen wir so Let's go Barrel Ja, die sind noch ziemlich lange her Die kriegen den nicht Oder was? Wie viele Tiere wir haben Was? Ja, klar, machen wir Barrel Ne, danach holen wir den noch schnell in Blue Überlege, ob wir den jetzt holen sollten oder nein Wir sollten nicht auf Fall auf Barrel Barrel natürlich Barrel ist, Mama Der Blue Waffe ist auch wichtig Barrel ist ziemlich wichtiger Nein, geh weg Danke Nein, geh weg Schau, ist ne alleine? Ich glaub schon Gut, ne, da ist was pushen Aber ich könnte nochmal einen Back ziemlich gut getroffen Vertragen Wer Back muss, jetzt Back Sonst gibt's kein Back mehr Dead Auto Attack Musst du auch nochmal Back? Klar, ich muss auch nochmal auf Toilette Gut Riven Back Wee, sie wird gecatcht Ja Hättest du dir am Blue Watt gekauft Hättest so einen Hättest du es nicht gemacht Bitte? Jaa Saubergeist Der hat den Gage von mir Du bist einfach nur reingelaufen Ich hab alles gefampt mit meinem Q ey Mit meinem Q und E Das tut so viel Wir können den Wards haben Bessere Sicherheitslaufe als mit unserer ADC-Fung Das tut so doll weh Das tut so unglaublich weh Was? Ja, mit meinem Q Ich hab da gerade 2k in Damage mitgemacht Und hier MF macht den Back MF Out of Guardian MF Out of Guardian Jaa Hüp Und Toplane Geht dann nach Toplane Toplane Mit der Ulti farmst ihr euch Sonst soll ich zu krass wenn ihr Tower geht For real? Ja gut Das war so für Plena aus Tech Let's go back guys Das item Joah Das wird auf jeden Fall hochgeladen War ne galle Runde Jaa Joah Joah Passt Diese Ulti ist so stark Im Endgame Im Endgame kanns echt nix dagegen machen Alter nicht nur im Endgame Ich mein jetzt jeder kann mich anhüpfen ne Der ist sowas von down Ja jetzt noch pushen Du hast recht ja Jeder der mich fightet ist sowas von down Und ich hab was auch echt nice auf dem Champion ist eigentlich der Spellramp Weißt du? Der regt mich die ganze Zeit wieder voll Wo hast du denn Spellramp? Passive Ich glaub das hat nur Morgana Ach fucky Hä aber was halt mich denn die ganze Zeit Was? Was halt mich denn die ganze Zeit Halt mich doch nicht Halt mich irgendwas Hä und was ist der Spellramp mäßig gesagt Ich sag's euch Hä du sagst die passive ist dass das kleine Teil Ich heißt es auch du hast auch recht aber irgendwas halt mich trotzdem die ganze Zeit Deine Runen Ja wer hat gesagt dass wir es gewonnen gewinnen werden Ja wer hat total abgefuckt Gekarriert Gold 3 Freunde ich sag euch das ist Gold 3 Ich muss weiterlesen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal